Schauen wir mal nach, was die da wollen. Fangen sie den Mitarbeiterdurchgang. Oh, hier ist noch was. Töp, 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 töp. So, nach einem kleinen Schnitt geht's weiter. Okay. Wir waren, genau, wir waren hier, wir müssen ja da durch. So, jetzt bin ich wieder da, okay. Hm. Ähm. Okay. Jetzt muss ich nur gucken. Sam hat leider keinen Move, mit dem er von hinten einen One-Hitten kann. So, du gehst einfach nur im Kreis. Kann man dir unauffällig dann dadurch folgen? Aber es ist einem knallt das Ding einfach runter. Ja, Achtung. Pudum. Pudum. Noch ein Stück. Okay, jetzt hör mal auf. Einfach hier stehen bleiben. Döp, döp. Ja, Kamera. So, jetzt bleib ich hier stehen. So. Damit wär ich doch schon mal ziemlich gut durchgekommen. Oh, wartet mal. Hier ist doch dieser... Hier fängt doch der japanische Garten gleich an, oder? Diesmal haben sie hier nichts versteckt. Nee, die Tür kriegen wir auch nicht auf. So. Hm. Hmm. Oh. Oh. Du bist alles, was sie gesagt haben, Sam. Aber noch so naiv. Und wie ist das? Outfits wie unsere, sie sind lebende Dinge. Du kannst sie nicht allein mit Gewalt verletzieren. Du kannst sie ein Teil davon töten. Eine Karte oder zwei. Aber das Hauptstoffe wird überleben. Dann muss ich nur alles töten. Alles von dir. Wir sind keine Band von Favela-Thugs. Ich sagte dir, unsere Outfit ist eine lebende Dinge. Mit Aufspringen. Mit Influenz. Unsere Memes. Du hast viele Street-Gangs verletzt. All over the world. Aber... Sind wir noch etwas näher zum Weltmeister? Ich bin nicht hier für den Welt. Ich bin hier für mich. Na gut. Das ist mehr so. Mal sehen, wie weit diese Attitude dich hier bekommt. Schal wir? Hm. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss diesen Monsum dann nochmal besiegen. Der Wind of Destruction. Wenn ich grauze, wenn ich den nur höre. Hm. Ja, wir sind genau hier, wo ich mir dachte, dass wir sind. Achso, stimmt. Er kann nicht die Wände hochlaufen. Das hat Raiden ihn im Vorteil wiederum. Dafür hat er den Doppelsprung. Ach, Mann. Das... Optisch zeigt es mir an, dass ich da so ungefähr hoch könnte. Ja. Aber spielerisch nicht möglich. Nee. Da muss ich dann da lang. Warte mal. Was haben wir denn hier? Feines. So. Mhm. Wie waren das nochmal? Wie aktiviere ich das? Ah, okay. Schon mal gut zu wissen. Mhm. Watch out. Äh, ja, danke Kamera fürs Drehen. So, und zack. Oh ja, passt schon. Och, Schnauz da unten. Hm. Lebst du noch? Och. Oh, zwei Schwertsteen hat er. Für, ähm. Ach, jetzt habe ich's. Mann, von der Optik her konnte ich das gerade nicht richtig beurteilen, ob ich treffe oder nicht. So. Wenn ich schon die Aufmerksamkeit habe. Und tschüss. Viel Spaß. Wenn schon, denn schon. Wenn schon Aufmerksamkeit, dann aber richtig. Naja, Kontakt. Danke. Hui. Hm. Dopp-da-dopp-dopp-dopp-dopp-da. So. So stimmt, ich laufe den gerade rückwärts in den japanischen Gan, kann das sein? Nothing like a sword fight under the cherry blossoms. Hm. Sag jetzt nicht, ich muss den hier fighten. Och, nö. Ach, das sind die nicht, nicht die Boss-Fiecher, oder? Ne, das sind nicht die Boss-Fiecher. Och, der hat, der hat gerade den KI-Fehler, den ich bräuchte. Ja, das kann ich nicht ausnutzen. Äh. What? Ah, schade. What? Boom. Das nenne ich eine Kombo-Attacke. Oh yeah, baby. Ähm. Ähm. Da. Äh. Ich vergesse immer, welche Taste... Äh. Hoppala. Nein, ich wollte eigentlich den anvisiert haben. Weil der jetzt näher bei mir steht, aber... Na, komm her! So, viel Spaß. So. Und badabum! Ah. Bums. KI-Fehler. Yay! Draufklopfen, 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 draufklopfen. Ja. Blop, dum, dum, bum, 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 bum. Höh. So. Na, komm schon. Und zack. Aua. Ist gut. So. Na, schade. Hops. 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 Jetzt gib mir deine Energie her. Das ist mir schon genug Leben gekostet hier. Dankeschön. So. Oh, es darf weitergehen. Kann ich eigentlich noch weiter hoch? Ach, ne. Okay. Schnell mal nochmal hier hinten gucken. Ne, da ist nix. Ja, klar. Die können... Man kann sau viel in dieser Stadt eben grad... ...verstecken. Ah, voilà. Dann gucken wir doch nochmal kurz nach. Hey, Kätzchen. Oh, schade. Du, Kätzchen. Ich komme jetzt auf eine geschmacklose Idee. Geht das? Sag jetzt nicht Spiel. Okay. Kätzchen dodged. Ich wollte wissen, ob das jetzt... Ob die so was geschmackloses eingebaut haben. Tut mir leid. Für die, die mich jetzt mal ein bisschen verstörend halten, aber... Das ist so eine Sache, die ich immer teste. Ey, persönlich, ich bin... Ich mag Katzen total. Ich bin total der Katzenfreund. Ich glaube, wenn ein Mädchen mich verführen wollen würde, müsste es sich nur Katzenohren aufziehen. Ich würde schon mitgehen. Ich glaube, da bin ich viel zu leicht... Ähm... Ne. Okay. Ich schweife ab. Leute, Leute, ich schweife ab. Aber ja, ich bin echt ein Katzenfan. Deswegen. Ich bin da immer gespannt, ob Entwickler so was geschmackloses einbauen oder nicht. Vor allem hier bei einem Spiel, wo man alles in 18 Teile zerstückeln kann. Oh. Dankeschön. Mh... Naja, okay. Jetzt haben wir so einigermaßen diesen Garten durchkämmt. Mal kurz hier nachgucken. Melonen. Wer will Melonen? Wer will Melonen? Hier. Ich schneide euch alle ein paar Stückchen. Also. Ich glaube, ein paar hundert Teilchen bräuchten wir schon. Ich hoffe, es macht nichts aus, wenn ein paar Tiere... Ach, Mann! Mein Murasama muss hier zu Hause fühlen. Naja, komm. So ungefähr zwei in der Teile. Ist doch bestimmt genug für euch. So. Tap, tap. So, hier. Wir sollen nach rechts. Wir gehen nach links. Das ist ein VR-Ding. Sonst ist hier nichts. Nö. Okay. Okay. Ich muss einmal. So. Boom. Voll die Klöten weggeschossen hier. So. Das musste sein. Äh. Hoppala. Falsche Taste gedrückt. Kann ich ihn jonglieren damit? Oh yeah. Jonglieren wir einen Gegner. Das ist cool. Für einfache Gegner ist das eine gut zu merkende Kombo. Okay. Also es deutet für mich jetzt drauf hin, jetzt kommt der Bosskampf. Vor uns ist ein größerer Raum. Wow. Sag ja. Alles deutet auf einen Kampf hin. Und auch noch gegen. Oh. Euch kenne ich auch noch. Ihr seid auch schlimm. Ah. Oh. Vor allem. Ah. Genau. Ha. Und. Dunadun. Boah. Pschu. Wow. Wow. Ja. Ja. Aber das ist cool an dem. Naja. An Sam. Ich wollte eigentlich... Hat gedacht, ich kann den anderen schon. Ich kann hier oben mich erstmal verbarrikadieren. Wenn mir das so ein bisschen ungelegen kommt. Ah. Schade. Ach. Und zack. Gimma ja. Aber wenn ich das nicht wirklich brauche. Auch wenn er mich gerade umarmen will. Oh nö. Ich hör schon. Da kommt noch mehr. Ah. Da kann man das... Nein. Ich will dem Vieh nicht... Ah. Verdammt. Jetzt habe ich da zu viel. Die Beine trenne ich dir gerne ab. So. Viel Spaß da. Wartet mal. Was habe ich hier? Ein neues Feature. Wenn ich das nicht nutzen kann. Äh. Nicht nutzen tue. Obwohl es verspotten ist. Eigentlich. Ja. 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 Jetzt musste ich... Hat er doch eine Nanopasta verwendet? Ob... Au. Das ist ein unfairer Kombo hier. Hallo. Ich sehe hier echt gar nichts. Vor allem... Wie der einfach mal auf den seinen Kollegen da drauf steht. Ja. Ist gut. Oh. Ja. Ist gut. Ah. Was? Her damit. Aber sowas von. Wie der einfach mal auf seinem Kollegen da oben drauf steht. Und mich dadurch dann erwischt. Ja. Medios smash mich ja eben. Nein, 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 nein. Lass mich... Los. 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 Den wollte ich eigentlich. Ich weiß nicht, was ich erwischt habe von ihm. Okay. Erst nach. Weniger. Ja, damit. So. Plopp. Ja. Hammer, das ist jetzt echt... Ja, Hammer. Halleluja. Und jetzt kommt ein Aufzug. Moment. Wut abbauen. So. Besser. Hm. Ich bin empfassiert, Sam. Wer ist das? Ja.